Spannend, was die Indizes da gerade fabrizieren. Denn Dow Jones beispielsweise, wir sehen das im 5-Minuten-Chart, doch ganz schön hin und her gerissen. Und damit eigentlich eher auf korrektiven Phasen, wenn man so will. Naja, Dow Jones, also YM, das Kürzel dazu, hier als ein Kontrakt auf den Dow Jones. Wir sehen die Abwärtsbewegung, das sieht alles sehr, sehr korrektiv aus. Die Abwärtsseite ist sehr wackelig, die Aufwärtsseite ist sehr wackelig. Die Abwärtsseite jetzt wieder so. Also man hat den Eindruck, das, was wir hier jetzt im Moment gerade sehen, ist korrektiv. Würde uns ganz gut in den Kram passen. Wir hatten ja schon mal angedeutet, dass wir das Pendant zu dieser Geschichte mehr als vertragen können. Und solange es in dieser Größenordnung bleibt, also wenn ich das mal so ungefähr hier auf die Unterseite hier mal beziehe, dann sind das 40.684, also von aktuell so 300, 250 in etwa nochmal runter. Also da ist eine normale Korrektur auch ohne weiteres noch völlig in Ordnung im Vergleich zu dieser hier. Ansteht tut ja auch nochmal diese Korrektur. Aus meiner Sicht allerdings wahrscheinlich eher eine Stufe später. Also ich würde fast eher mehr wünschen, damit es möglichst typisch aussieht, dass der Kurs dann nochmal hoch geht. Danach erst die nächste Korrektur macht. Aber ihr seht schon, es sind alles eher aufwärts gerichtete Szenarien. Dann abwärts, ja, aktuell vielleicht auch gerade in der Korrektur. Vielleicht dauert die auch noch ein bisschen an. Aber insgesamt ist das Bild noch nicht kaputt für die Bullen. Wann wäre es kaputt? Naja, wenn wir diese blauen Kisten hier nach unten verlassen, aller spätestens hier unten, ich mache das nochmal groß. Das hat sich auch in den letzten Tagen wenig verändert. Also das wäre halt alles noch völlig in Ordnung. Und müssen wir ganz einfach mit einkalkulieren. Da dürfen wir dann auch nicht stinkig sein, wenn der Kurs dann mal in eine Pause geht. Ja, meine Güte, das ist dann halt mal so. Dann soll es halt auch so sein. Also insofern, aktuelle Pause fände ich nicht schlimm. Auch wenn sie noch ein bisschen tiefer ginge, wäre das völlig noch in Ordnung. Vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, als ich es hier eingezeichnet habe. Gerade eben, also vielleicht 40.600, irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre dann so das Pandor zu der Geschichte. Hey, alles safe. Mal gucken, ob das jetzt das schon ist oder ob wir noch einmal vorher nach oben gehen, bevor wir diese Pause gehen. Egal wie, aktuell ist meine Argumentation hier beim Dow Jones sehr stark auf. Alles so nach unten, eher korrektiv und übergeordnet. Die Aufwärtsrichtung bleibt bestehen. Korrektive Pausen sind natürlich Einladungen für neue Einstiege. Denn wenn an den Unterseiten, also wo dann eben zum Beispiel Unterstützung aus gleichen Größen hier besteht, wenn da Umkehrkerzen entstehen, sind das Einstiege. Die haben zwar nicht die höchsten Trefferquoten, wenn der Markt dann aber weiterläuft. Sehr, sehr schöne Chance-Risiko-Verhältnisse. Also vielleicht ist das was für euch. Ansonsten natürlich, wenn ihr irgendwo einen Schub habt und danach eine Korrektur, ist das vielleicht etwas, was ganz spannend ist. Wir können ja mal gucken, was macht der S und P. Das Wesentliche ist aber hier das Gleiche. Also ihr seht, dass wir hier vorne eine große Korrektur hatten. Bisher alles eher kleine. Irgendwann kommt diese große Korrektur. Ich sehe jetzt nicht zwangsweise, dass das jetzt stattfinden muss. Wir sehen allerdings auch hier, dass aktuell die Aufwärtsbewegung, also all das, was wir hier so die letzten Stunden hatten, das Tief hier im 5-Minuten-Chart, das ist, ich mache es mal groß, dann seht ihr das besser, das ist vom 20. August, also gestern 19 Uhr. Naja gut, aber guckt mal diese vielen Rücksetzer an mit den Überschneidungen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich würde das eher favorisieren, dass wir noch mal einmal tiefer gehen. Denn wenn wir so viele Rücksetzer hier haben, so viele Zögerlichkeiten, dann ist das eigentlich eher ein klassisch korrektives Bild. Wir haben schon gesehen, dass es noch nicht mal nach oben geht. Das sind dann die sogenannten Leadings, sind aber eher selten. Also 15% Wahrscheinlichkeit für Leadings, so um die Größenordnung. Und dementsprechend, ja, nicht zumindest mal mein favorisiertes Bild. Klar, das kann das sein. Aber es ist, glaube ich, nicht so clever, erstmal davon auszugehen, dass es selten, das passiert jetzt, sondern eher davon auszugehen, dass es selten, okay, dann ist es eher wohl ein Korrektivmuster. Zumal Korrekturen nicht so selten sind. Und dementsprechend, so my best guess, ist es wirklich nicht mehr als das, ist eher die Abwärtsseite im 5-Minuten-Chart, also für die Intraday-Freunde. Wenn man ganz genau reinzoomt, ist das allerdings, können wir mal schnell alles aufräumen hier, auch noch fraglich, weil wir sehen, dass wir steil runter, auch wieder steil hoch. Also der Markt ist im Moment so ein bisschen, ja, aber runter nicht ernsthaft, oder? Ja, aber hoch jetzt im Moment nicht. Also man wartet so ein bisschen, fliegt Warteschleifen. Kann sein, dass sich das die Woche bis vielleicht an auch Ende der Woche wir von Fedchef Powell noch was hören, auf dem, ja, großen Treffen der Kansas City Fed. Also da kann ich mir vorstellen, wird da noch ein bisschen auf Pause gespielt. Insofern würde das mit diesen Korrektur-Tiefmustern, diesem Korrekturverhalten, ja, durchaus passend sein. Also vielleicht ist da ein bisschen Langeweile angesagt. Zumindest der Chart bei den Indizes gibt in diesem Moment, in diesen kürzeren Zeitebenen nicht so richtig das her, dass die Marktteilnehmer kaufen wollen. Nichtsdestotrotz ist das übergeordnete Bild vorläufig weiterhin bullisch. Und ich werde erst dann hibbelig werden, wenn wir eine starke Abwärtsseite bekommen, die dann gefolgt wird von einer schwachen Aufwärtsseite. Das ist immer so das Zeichen, denn dann kommt sehr gerne noch mal eine starke Abwärtsseite. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon selber miterlebt oder eben habt ihr hier gehört, dass wir darüber schon mehrfach gesprochen haben. So, Nasdaq ist analog, also da müssen wir das jetzt nicht noch mal breittreten. Auch hier, ihr seht das 5-Minuten-Chart. So sieht das nicht aus, wenn der Markt richtig Bock hat. Das ist ein Korrektivmuster. Meine Vermutung ist, komm, dann machen wir halt jetzt eine Pause. Vielleicht wird es ja das Pandor zu dieser Geschichte hier, dass wir quasi irgendwie das, was wir da haben, hier haben. Also wäre ein Verdacht, mal abwarten. Wundern würde mich das ehrlich gesagt nicht. Anschließend wieder weiter hoch, bis dann irgendwie was in dieser Richtung dann wieder hier hinten käme. Also, ihr seht schon auch hier das Bild. Wir sind im Aufwärtstrend. Es sieht danach aus, als ob der Markt noch mehr Lust hat, aber kurzzeitig hier eben in der Warteschleife verbleibt. Spannend und tatsächlich ein bisschen anders ist der Russell. Der gefällt mir nämlich gut. Und das ist total abgefahren eigentlich. Schauen wir mal. Ich mache mal das weg, die Zeichnung weg. Und jetzt guckt ihr euch mal diese beiden Bilder hier unten an. Ist das Gleiche, oder? Nee, nicht ganz, auch wenn es so aussieht. Ja, das ist im 4-Stunden-Chart. Das Hoch, was wir hier haben, ist 31. Juli, das Tief war 5. August. Dieses Hoch ist 20. August. Das, was ihr hier hinten seht, sieht im 5-Minuten-Chart so aus. Das ist genau der 20. August, also dieses Hoch. Und jetzt seht ihr, wir sind hier steil runter, sogar 5-wellig. Hier ist es vielleicht nicht ganz so deutlich, aber eben auch steil runter. Dann sind wir hier entsprechend wackelig hier auf dem Weg nach oben. Hier sind wir wackelig auf dem Weg nach oben. Und es besteht durchaus ein realistischer Verdacht, dass wir im 5-Minuten-Chart runtergehen. Und wenn wir im 5-Minuten-Chart runtergehen, dann sieht das hier natürlich ganz bisschen aus. Aber wir übergeordnet, ich habe hier noch die alte Zeichnung drin, ja realistisch die Chance haben für weiter runter. Wir haben gestern darüber gesprochen, es gibt durchaus die Möglichkeit, so etwas zu handeln. Ich mache mal diese eine Zeichnung weg. Ich zeige euch jetzt gleich mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu handeln, wie man das eben umsetzen kann. Eine Variante, die wir regelmäßig gerne machen, ist, Umkehrkerzen zu suchen. In dem Fall haben wir diese beiden. Diese hier umschließt diese. Es ist also ein Engulfing-Pattern. Und dementsprechend wäre hier unten die Entry-Größe. Hier oben ist die Stop-Größe. Das ist eben so das Klassische bei Umkehrkerzen. Also hier wäre der Entry hier gewesen für Short. Hier oben der Stop. Und die Erwartungshaltung nach unten. Hier ist es jetzt eben aus zwei Kerzen bestehend, eine Umkehrkerze. Entry, wenn er da durchgeht. Stop, wenn er da drüber geht. Und die Erwartungshaltung, die höfliche, dass er in etwa das macht, was wir da haben, hier hinten nochmal. Und damit ist der Russell tatsächlich anders unterwegs, wie die anderen Titel, die wir uns offen... Kicker haben. Also das ist noch eine alte Zeichnung. Und der können wir wegmachen hier. Also von hier das Gleiche nochmal runter. Und dann seht ihr relativ geringe Risiken im Verhältnis zu der Gewinnseite. Trefferquote nicht super hoch. Die Gipte geht nicht davon aus, geil, das muss ja dann jetzt runtergehen, hat er gesagt. Der ist Berufshändler, der wird das ja wissen. Der wird ja in die Zukunft gucken können. Zweitens, eine Umkehrkerze oder Formation. Das sind ja zwei Kerzen in dem Fall. Eine Umkehrformation kann gar nicht schief gehen. Ja, vorsichtig. Das kann schon schief gehen. Aber die Trefferquoten sind so schlecht jetzt auch nicht, dass wir solche CRVs nicht sinnvoll auflösen können. Wer solche Einstiege mag, das wäre eine Variante. Eine zweite Variante ist, ihr wartet, bis ihr ein bisschen tiefer fallt. Das ist hier etwas, die Tiefs hier 15. August als einen Einstieg zu wählen. Dann habt ihr mehr Bestätigung. Wenn ihr nämlich jetzt innerhalb des Trendkanals nur so ein bisschen runter geht, anschließend aber doch weiter nach oben, seid ihr nicht short, wenn ihr das als einen Einstieg nehmt. Auf der anderen Seite, merkt ihr, ist aber auch das Chance-Risiko-Verhältnis schlechter. Stichwort für die Kundigen unter euch, dann ist das der Einstieg hier die Unterseite und der Stop nicht das Hoch, sondern in dem Fall würden wir für den Stop die 78er Marke nehmen. Die ist ein bisschen tiefer, könnt ihr ja mal selber ausmessen. Das wäre auch noch eine Variante, die aus meiner Sicht gut in Frage kommt. Oder aber ihr wechselt auf ein kleineres Zeitschema, dass ihr sagt, okay, jetzt haben wir doch auf kleineren Ebenen, also dieses Tief hier, das ist quasi das, was wir hier haben. Ja, das ist hier im 4-Stunden-Chart, das ist das Gleiche. Dass ihr sagt, nee, nee, ich gucke jetzt mir mal das an, was wir hier in diesem Bereich haben. Das gucke ich jetzt hier im 5-Minuten-Chart an und schaue mal, ob ich hier jetzt irgendwie was Umkehrmäßiges kriege. Für einen Trigger. Streng genommen, nach meiner eigentlichen Trigger-Art und Weise, ist das das letzte Hoch, das ist das vorletzte Hoch und das wäre ein mögliches Tief für einen Trigger. Stop, entweder die 78er Marke oder aber von mir aus auch das Hoch, wenn euch das lieber ist. Zugegeben, dass er jetzt da so rumeiert, finde ich nicht so super sexy, wenn ich ganz ehrlich bin. Da habe ich schon schönere Sachen erlebt, aber naja, die Idee grundsätzlich ist schon in Ordnung. Es wäre ja auch denkbar noch, dass das hier einfach eine Korrektur ist aktuell und dann weiter fällt. Also man hat zur aktuellen Höhe eine Chance, jetzt gerade einen Short eben zu eröffnen. Mit dem Hinweis, dass auch der natürlich nicht garantiert läuft, aber der natürlich noch ein tolleres CRV hat, weil ihr auf einer sehr kleinen Ebene reinkommt. Ihr könnt natürlich sagen, ich nehme Gewinne mit, wenn ich die 1 zu 1 dieser Abwärtsbewegung habe. Also quasi, wenn der Kurs jetzt diese Bewegung hier nochmal nach unten macht, dann wäre das für uns immer ein klassisches Mindestziel. Wir nehmen gerne am Mindestziel Gewinne mit, das machen wir sehr gerne. In dem Fall würde ich aber mindestens durchaus einen Teil laufen lassen wollen, denn diese Bewegungsrichtung, dann sind wir schon hier zugegeben, das ist noch ein bisschen kritisch mit dem Trendkanal. Also da haben wir dann hier unten so eine gewisse Unterstützung, kann man auch schöner noch zeichnen, so hier irgendwie. Dann läuft der gerade so bis zur Unterseite und dann ist natürlich eine Gefahr für das Umdrehen. Aber wenn der weiterläuft, ist natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis unendlich groß und das Ganze ganz schön attraktiv. Also insofern, Nachzieh-Stop finde ich da gut. Also ihr seht, es gibt verschiedene Einstiegsvarianten. Welche ist die beste? Das sage ich euch im Nachhinein, das weiß ich so ja auch nicht. Das weiß keiner im Vorhinein. Man kann höchstens sich überlegen, mag ich lieber höhere Trefferquoten, dann brauche ich mehr Bestätigung. Oder mag ich lieber höhere Chance-Risiko-Verhältnisse, dann wäre jetzt das da oben. Das hätte jetzt den Vorteil, dann verpasst man die Bewegung nicht. Und wenn man ausgestoppt wird, ist man dann halt schnell wieder draußen, hat das Geld für was anderes frei. Also ihr seht, es gibt immer verschiedene Vor- und Nachteile. Wir handeln eigentlich alle diese Varianten. Wir sind zwar nicht im 5-Minuten-Chart normalerweise unterwegs, deshalb ist das jetzt nichts, was wir jetzt im 5-Minuten-Chart normalerweise umsetzen. Aber wenn ich jetzt als privater Händler unterwegs wäre, warum nicht auch im 5-Minuten-Chart was handeln, wenn das Muster entsprechend passt. Aber die Methoden, die Methodiken, die wir jetzt hier angesprochen haben, sind alle die, die wir normalerweise anwenden. Und in dem Fall dieses hier, beziehungsweise das, was wir hier haben mit Bruch hier, beziehungsweise diese Marke, wäre dann das entsprechende Pandon für die Short-Seite. Ja, wie passt das? Der runter, die anderen hoch. Punkt 1 ist, der Russell verhält sich nicht wie der andere Markt, den wir die ganze Zeit beobachtet hatten. Und zweitens, ja, kann ja sein, dass wir ausgestoppt werden. Ja, ist doch blöd. Naja, geht so. Aber wenn der Markt jetzt nach oben geht, dann mache ich ja mit meinen Longs große Gewinne. Und hier mache ich einen kleinen Verlust. Das ist zwar ärgerlich, weil ich hiermit dann Verlust mache, aber ihr stellt euch vor, der Markt dreht. Gut, dann mache ich mit dem Short hier einen großen Gewinn. Und mit meinen Aktientrades, gut, die Stops sind ja häufig schon nachgezogen, nicht bei allen Sachen, aber dann vielleicht nur kleine Gewinne oder eben nur kleine Verluste dann noch, weil da die Stop-Seite, das Chance-Risiko-Verhältnis ja wieder zu unseren Gunsten entsprechend ist. Also insofern, wir finden das für uns in Ordnung, aber ihr müsst das natürlich machen, wie das für euch das Richtige ist. Ich kann von dieser Stelle ja nicht allgemeingültig für alle reden, denn die Risikoeinstellungen, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten auch zeitlich sind natürlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Deshalb weise ich auf die verschiedenen Varianten hin. So, der DAX, das sieht ja so halbwegs aus, als ob wir da jetzt so ein bisschen korrekturmäßig unterwegs sind. Diese Korrekturgröße wäre eigentlich die große Variante. Also der Verdacht, wir sind jetzt eher in diesem Kleinen da. Und ich würde auch hier sagen, okay, vielleicht dauert die Korrektur noch so ein bisschen an. Das kann ich mir schon vorstellen, in Anbetracht dessen, was die Amerikaner machen. Allerdings ansonsten auch hier nochmal ein weiterer Anstieg. Dann finde ich in Ordnung. Also ich würde nur jetzt Gewinne mitnehmen, wenn ihr ganz im Kleinen unterwegs seid. Wenn ihr ein bisschen größer, würde ich sagen, gut, diese Korrektur einfach überleben. So ähnlich wie diese. Und dann bei den nächsten größeren überlegen, ob ihr die auch überleben wollt. Das wäre dann die. Oder ob ihr sagt, da schließe ich und eröffne später wieder neu. Aber das Grundprinzip, was wir die ganze Zeit besprochen haben, ist das Gleiche. Deshalb will ich das hier nicht nochmal breittreten. Sonst sagt ihr auch, Gott, der alte Mann erzählt wieder. Das Prinzip hat sich ja in den letzten Tagen hier überhaupt nicht verändert. Und deshalb bleibt es da im Moment beim Alten. Im Moment muss ich allerdings auch sagen, sehe ich hier jetzt ähnlich wie bei den anderen Indizes, ausgenommen den Russell in den kurzfristigen Charts, jetzt auch nicht irgendwas, was mich besonders begeistert. Also es sieht alles irgendwie nach Pause aus. Also 5 Minuten Chart, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht so richtig, ob mich das aktuell jetzt mitreißt an der Stelle. Vielleicht war das ja heute Morgen ganz spannend mit 1, 2, 3, 4, 5. Und das war allerdings alles zu sehr nachts schlafender Zeit. Hier dann die Pause. Wer das verpasst hat um diese Uhrzeit, ist durchaus nachvollziehbar. Und ihr seht ja auch, wie dünn der Markt da ist mit diesen kleinen winzigen Kerzen hier. Das ist eigentlich kein richtig seriöser Markt, obwohl danach dann tatsächlich dann auch der Anstieg daraus entstanden ist. So, jetzt hoffe ich, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt, dass ihr wieder Ideen habt für euch, für eure eigene Handwerksumsetzung. Wenn ihr ähnliche Einstiegsvarianten verwenden wollt, wie wir das machen, sehr gerne. Wenn ihr sagt, ich habe meinen Lieblingsindikator oder eine andere Einstiegslogik, nutze das aber als Filter, damit man so ungefähr eine Ahnung hat, soll ich die Longs oder die Shorts übergewichten, an welchen Stellen kippt das Ganze. Da kann das durchaus eine Hilfe sein. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Ich drücke euch jetzt erstmal die Daumen und sage alles Gute. Bis zum nächsten Mal.